Wir sind auf der Hannover Messe, der Industriemesse und das Office präsentiert sich auf dem Stand des Landes Niedersachsen mit einem Demonstrator zum Thema nachhaltige Produktion. Der Demonstrator zeigt eine nachhaltige Produktionslinie, in der für jedes einzelne Produkt, wir sehen hier ein Beispiel, erfasst wird, wie viel Energie wird an jeder Maschine im Laufe des ganzen Produktionsprozesses verbraucht. Und das Besondere ist, dass ich nicht eine allgemeine Aussage bekomme, wie viel das Produkt im Mittel an Energie verbraucht, sondern genau für dieses kann ich nachher mit dem QR-Code nachschauen, wie viel Energie an welcher Station im Produktionsprozess verbraucht wurde. Und das ist besonders, das heißt, ich habe einen individuellen CO2-Fußabdruck. Ich kann genau sehen, an welcher Station und auch mit welchem Energiemix, der zurzeit zur Verfügung gestanden hat, hier Energie für so ein Produkt verbraucht worden ist. Ja, die Hannover Messe ist immer noch die internationale Industriemesse und es ist wunderbar zu sehen, wie internationale Besucherinnen und auch Ausstellerinnen hier an den Städten sind. Wir hatten heute auch schon einige Besucherinnen und Besucher, die mit uns zum Thema nachhaltige Produktion diskutiert haben. Insgesamt ist so eine Messe, Menschen zu treffen, sich wieder auszutauschen, sehr inspiriert und wir freuen uns, dass so etwas wieder in dieser Größe stattfinden kann und wir gemeinsam über Themen wie nachhaltige Produktion von morgen reden können.